Willkommen zurück zu einem, ja, langersehnten Video, Fortnite. Wir sind im Solo unterwegs, wie man sieht, denn, ja, was soll ich sagen, 7.50 Uhr in der Früh, unrasiert, man kennt ihn, alle schlafen, keiner ist wach außer ich und ich nutze die Zeit mal wieder Fortnite Solo 1, 2 Runden zu zocken, dabei aufzunehmen. Mal schauen, wie es läuft, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gerade eben schon gesehen habt, ich bin Level 100, schieß mich tot, habe alle Skins im Battle Pass und es gab jetzt irgendwie Zusatzaufgaben, denn heute ist der 2. Mai, ich weiß nicht, wann ihr die Folge seht, ich glaube am 4. oder 5. Ja, wir lassen uns mal überraschen, ihr seht hier Level 147, ich habe zwischendrin immer mal wieder ein bisschen gezockt und ja, wir fliegen auf jeden Fall da oben hin, das muss sein. Insoweit ich weiß, es ist dort eine der Aufgaben, irgendwas mit Zwergen kaputt machen, aber gut, wir lassen uns überraschen, wie weit wir kommen. Gibt es schon wieder hier bei dem Autokino und bei der Ölbohrplattform, wie auch immer, ja, Fragezeichen unentdeckt, mal gucken, ob uns der Weg heute da hinten führt. Willst du mich verraschen, da fliegt ernsthaft einer hin? Ja, lande da ruhig. Ich muss ja eigentlich nur Zwerge kaputt machen. Und die müssten eigentlich hier sein. Nö. Da war ein Wurm. Wow, jetzt bin ich schon sonst hier gelandet. Der da oben wird mich geiern. Äh, machen wir es anders. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Weil das wäre ein bisschen peinlich. Liegt hier was drinne? Nein. Hm. Da liegt auch nichts drinne. Ja. Aber hier ist eine Kiste. So, hier drüben weiß ich auch, dass Kisten sind. Zum Glück. Okay. 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 Ach komm schon, das kann doch nie alles gewesen sein. Immer noch ein Biggie. Das war's halt ernsthaft schon. Mann, Mann, Mann. Wie weit muss ich? Oh, ja gut. Oh, ha. Was soll ich sagen? Das kriegt es mir heute. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber auch nicht allzu viel. Das Haus werden wir nicht schluten. Nur mal kurz gucken, ob hier ein paar Zwerge sind. Keine Zwerge. Schade, schade. Na ja, so weit. Ich hab ja zur Not das Jump-Bet. Okay, da war auf jeden Fall einer. Hier ist einer gestorben. Na dann. Da ist gebaut. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist da hinten gerade einer lang gerannt. Ich kann mich aber auch irren. Ich hab den Schuss gehört. Schade, schade. Okay. Okay. Oh, da kommt die Zock. Oh, ich muss in die Richtung. Warum rennt denn der weg? Ich würde mal sagen, das war's mit dem. Okay. Ich würde dir mal sagen, das war's mit dem. Okay. 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 Na, wo ist er hin? Okay. 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 Oh, hier wird der überall geschossen. Jupp, das war er. Jupp, das war er. Hier war doch einer. Wo ist der? Oder ist der verpufft? Oder ist der? 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 Was ist das? 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 Was ist das?